Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Wild Hearts. Wir werden heute ein bisschen auf die Monster reinklucken und ja, wir schauen mal, was für eine Mission wir jetzt annehmen. Ich glaube, wir sollten noch Karakuri kurz nachschauen. Können wir ja wieder ein bisschen was lernen. Äh, die Widerstandskraft von, ja. Das interessiert mich eher weniger, die Widerstandskraft. Was braucht das? 5000, uh. Ja, das könnten wir heute vielleicht sogar schaffen, in dieser Folge. Äh, gerade hier. Weil, ich dachte mir, wir schließen heute die drei ab hier. Im Team. Im Team-Missionen. Ich versuch's halt. Wir müssen jetzt auch sehr viel farmen und ich glaub, das wär halt zu lange, wenn ich hier jedes Monster immer einzeln bekämpfe und immer wieder das gleiche. Und das alleine. Deswegen machen wir das in der Gruppe wieder. Also ich ruf mal, ob jemand kommt. Ist ja, jeden selbst überlassen. So. Und wie immer, und wie immer vergesse ich den Sender, den Masten hier. Und weil's mir gerade keinen Sinn kommt. Hier könnte ich auch mal, ich hätte den mir hinstellen. So. So. Könnte praktisch sein. Gut. Dann jagen wir den mal. Das sieht man hier in die Ecke. Und dann, wie schwer der eigentlich am Anfang war. Das war schon krass. Nein, ich hab geblockt. Ich hab geblockt. Was soll das? Ja, nochmal. Nochmal. Okay. Ja. 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 Wow, war das jetzt laggig. Wieso macht er das zweimal auf dich? Was? 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 Mal weg hier. Mal kurz verschenbarolieren. Natürlich. Wo ist er denn? Was ist das für ein Typ? Was schießt der da die ganze Zeit? Oder was schießt er? Das zweimal schießen ist irgendwie neu. Was? 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 und runter und reiner das ging ja schnell ich kann nämlich gern wo sollst du dann da oben ist er und 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 Ich schiss gar nicht auf mich. Nein, daneben! Jetzt! Nein, da! Wir müssen ja alle zu dritt draufhauen. Verzeih! Verzeih! Ich bin mir zu dritt einfach auf dem Auge wie ich einsteig. Das war zu schön. Ah, ja. Gut. Ja. Das haben wir geschafft. Haben wir noch irgendetwas hier? Mal ein bisschen einsammeln. Hier war doch irgendetwas, oder? Ja, ich höre einen. Ah! Ich kriege ihn nicht mal. Nein! Ich sehe ihn nicht. Hier war irgendwo einer. Ich habe ihn gehört. Ah! Meine Augen brennen gerade. Das ist von der Scheinwaffe hier. Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Ich nehme schon für euch auf hier. Gut. Äh. Äh. Gut. Dann. Dann. Hier. Dann kommt das Hühnchen jetzt dran. Weil wir machen das jetzt so schnell wie möglich durch. Drei Monster. Drei Siege. Hühnchen. Vielleicht da. Das kriegt jetzt sowas von eins auf die Mütze. Äh. Aber darum nehme ich diesmal. Kann ich irgendwas? Das vielleicht? Okay. Das ist der Wolf. Schön hier, oder? So. Aber wir müssen das Hühnchen alle legen. Äh. Das nehme ich noch gern mit. Gange rein. Ich tue nicht. Du. 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 Dann dauern. Das falsche. Ey. Was? Der stuhr einfach durch. Aber. Aber. Naja. Und du. Tja. Und du. Du. So? So, jetzt was trinken. Nein. Hä, wieso war das jetzt so verspätet? Danke. Das hätte mich sonst noch gepflegt. Okay. Hau das Hühnchen jetzt schon ab. Okay. Das nehme ich mit. Macht mir da jetzt keinen Stress draus. Und hier war irgendwas. Achso. Nur was zum Schnabolieren. Du bist tot. Hähnchen. Du bist tot. Das war's für heute. Okay. Was? Lol. Ein Kinderweil ab? Ich mag das schon. Was ist damit? oh geht er denn jetzt hier nicht? geht er jetzt nach oben? ja er geht nach oben das heißt ich teleportier mich kurz hierhin ist alles ok bin ich gleich hier ich brauche unbedingt materialien lol ok das ging jetzt aber richtig schnell verzeih nice gefällt mir? bin ich froh? ok jetzt fehlt nur noch einer und wir sind richtig gut dabei der hat hier noch irgendwas fallen lassen oder? ja das ist ein schweif oder? ok das war gut das war sehr gut hier ist was noch zum essen nehme ich gerne mit ist hier noch irgendetwas? ja hier ist glaube ich nichts mehr oder? ja egal wir kehren ins lager zurück und dann ouch wir kehren ins lager zurück und nehmen gleich die nächste mission an und die könnte schwer sein die könnte schwer sein das glaube ich ok wir haben jetzt eine neue mission freigeschalten lol ok ich wollte zuerst ihn aber gut dann machen wir das da kommen neue missionen wenn wir die alle abschließen interessant interessant ok ich habe mal Hilfe gerufen also wie immer vergesse ich dass ich hier zuerst hier hin muss da ist unser ziel ja das ist der düster schnabel ja ich dachte schon hä? aber den kenne ich ja ganz verstehe ich das nicht oh ok was er da am fragezeichen ist vielleicht ist das ein anderer düster schnabel? ein freier düster schnabel oder cool? ein eis düster schnabel das sieht hier cool aus das sieht hier cool aus das sieht hier cool aus ok weil ich jetzt gerade alleine bin kurz hier kurz hier mhm ok eins kann ich noch da ein eiswiderstand das ist ganz gut dann jetzt bin ich bereit kleiner lol man kann das öfters machen was ist das? lol eine neue Waffe das heißt wir müssen das heißt wir müssen ups was ist das? oh hä? irgendwie war jetzt gerade alles nicht zu nicht zu na ich bin eher auf ihn ist das? ich muss weg hier ok ich bin gerade ein bisschen irritiert wie der kämpft so tüsch der schnabe ok wo ist er? da vorne lol lol hä ich weiß nicht wie das Wasser angreift ich verstehe es gerade nicht wie Nein, ich will einfach nur vorbeigehen. Aber man kann das zweimal machen, äh, wo ist der hin? Da ist der Schnabel, okay. Äh, da oben. Okay. Okay, da oben ist er. What more hat? Da oben, da oben, lol. Wie kommt man denn da hoch? Äh, hier ist die Kugel? Lol. Blöde Frage, wie kommt man denn da hoch? Loll, ok, kann ich hier ein Haus bauen, das mach ich gerade mal, hm? Das ist eine Kugel, die hole ich mir mal schnell, sorry Leute, dass ich euch kurz hier ignoriere. Hier ist ein bisschen Material. Und hier gehts runter, jaaa. Runter mit hier. Loll, das ist eine Zeitverzögerte Bombe. Das ist eine Zeitverzogelung. Ich muss den noch lernen. Iuiuiui. Was ist er denn? Weißer. Nein. Nein. Jetzt kommt erst der Schaden. Ah. Okay. Habe ich gerade so überlebt? Wow. Ja, wie cool das auch hat mit dem Vogel. Ich weiss. Das feiert gerade. Ich weiss. Ich weiss. Das feiert gerade. Nein. 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 Die Mauer ist gut. Ich weiss. Ich weiss. Komm her? Komm her? Okay, nun. Oh, je, je, je. Hier ist die Lauf. das ist ein bisschen heilung jetzt haut er ab okay wo fliegt er hin ist hier noch irgendwo ein bisschen er hat den drachenflunter das ist der den ich immer gesucht habe nie gefunden aber perfekt teleportieren ok kollegen sind noch nicht da Na? 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 Oh, 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 oh Okay. Was war das denn? Okay. Was bleibt da? Was war das denn? Nein, ich helte dich. Huh? Raus mit dir! Nein, ich habe nicht genug Material. Ich brauche Material. So, ich brauche Materialien. Ist sich wieder ganz knapp nicht ausgegangen. Wo ist er denn hin? Da unten? Wo alle hinspringen? Ich will das Teil jetzt da runter schießen. So. Hm. Hm. Nein. Okay. Boah, Peile. Das ist momentan richtig blöd. Okay. Lass mich in Ruhe. Nee, ich will nicht kämpfen. Okay. Okay. Haha, gut abgeschätzt. Ich habe ja nichts gesehen. Okay, haben wir. Das ist jetzt selber damit nicht wehtut. Okay, das war Glück. Wenn er da hier so ein bisschen rumgeklappelt. Wo liegen mir kurz Materialien. Okay. 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 Genau. Ich höre. Okay. Ah, ja. Ah, ja. Fertig. Eiswüster Schadel. Geht schlafen. es war eine lange folge aber wir haben es geschafft und was neues freigeschalten schön der war jetzt richtig hart aber das heißt wir müssen wirklich alle so besiegen dass wir spezielle waffen bekommen spezielle karakuri das hätte ich nicht so erwartet minato bitte ich bin zufrieden leute und ihr schreibt es in die kommentare müsst ihr nicht würde mich freuen wir sehen uns in der nächsten folge von wild hearts vielen dank fürs zusehen war eine lange folge dann habe ich lieb bis zur nächsten folge ja 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 ja